Die Pferde für das zweite Rennen. Die Spitze in Versuch, High Duty zu kommen, dann auf den kürzeren Weg. High Duty wird jetzt abgelöst von Iron Duke. Vorne ist Iron Duke mit Alif, gefolgt von Notjaroma an dritter Position. Dann ist es Iron Duke, gefolgt von Alif und jetzt angegriffen von Alif. Notjaroma, dann versucht Zock, jetzt ebenfalls Bum. Iron Duke mit Zick, dann ist der Wiener. Iron Duke, Zock und Zick. Da wird mit Alif, mit Alif, mit Alif, mit Alif, mit Alif. Da wird mit Alif, mit Alif, mit Alif, mit Alif. Das ist der Wiener. Untertitelung des ZDF, 2020